So, herzlich willkommen zurück zu Valheim. Heute, um meine Waffensammlung oben für die Wand einfach zu kompletieren, habe ich mir gedacht, mache ich mich an die Zweihandwaffe aus Bronze. Dazu gehen wir einmal in unsere Schmiede. Hier zischt und faucht alles schon und zwar habe ich mir gedacht, den Adgeier, ja, den würde ich gerne herstellen. Ich würde mir dann halt an die Wand hängen als Trophäe. Ob ich ihn nutze, testen werde ich ihn auf alle Fälle. Mit einem Stechen von 45 ist er natürlich zu den anderen Waffen schon relativ stark. Also die aufgerüstete Streitkolben Stufe 2 hat 41. Ich denke mal, es wird eine sehr massige Waffe sein. Wir holen uns jetzt einmal aus der Kiste noch die letzten Ingredienzchen, die wir benötigen. Und zwar werden wir uns die Lederfetzen holen. Dann stellen wir uns einmal an die Werkbank. Qualität 1, Haltbarkeit 125, Stechen 45, Blockwert 10, Parierstärke 40 und hat einen Rückstoß von 30. Dann stellen wir sie einmal her. Der Wahnsinn. Eine Aufrüstung für den Adgeier kostet mich 4 Bronze bloß. Okay, dann rüsten wir diese Waffe gleich aus. Ja, auch wenn ich sie mir nur an die Wand hänge. Bronze ist gerade genug da. Graten wir sie mal ab auf die Stufe 2. Es ist eine Zweihandwaffe. Somit haben wir hier nicht die Möglichkeit, wenn wir sie in die Hand nehmen, das Schild zu verwenden. Also sagen wir mal so, ich habe das Schild in der Hand und wähle ihn aus und da ist sie. Ah, das ist wie ein Speer. Ah, okay, das ist der Bronze Speer. Es gibt sonst keinen Speer mit Bronze. Es gibt nur den, äh, doch, den Bronze Speer habe ich doch gebaut. Aber das, was ist das jetzt für eine Waffe? Sie hat auf alle Fälle eine tierische Reichweite, was gar nicht schlecht ist. Jetzt suchen wir uns mal Ärger. Wer hat hier die Tür offen gelassen? Die Tür muss geschlossen sein. Nachdem wir wissen, dass die Trolle da oben im Düsterwald wieder ihr Unwesen treiben. Aber gegen einen Troll mit so einer Stangenwaffe, das ist natürlich schon sehr interessant. Suchen wir uns mal die Nixe. Ah, okay, das wieder das Problem nach unten stechen. Wer dieses Problem auch hat, äh, in den Kämpfen, wenn der Gegner zu tief steht, äh, trifft er die Hitbox nicht. Ja, jetzt habe ich sie aus der Hand gelegt. So, komm mal her. Ne, du bist schon wieder viel zu tief. Ne, du bist zu tief. Du musst raus aus dem Wasser. Okay, Wildschwein nehmen wir als allererstes auch mal. Und Stoß. Wow. Stangenwaffe 1. Okay, die geht schon gut ab. Jetzt würde es mich natürlich nur mal interessieren mit dem Rückstoß, wie es im Bereich von Krautswerken aussieht. Die normalerweise hier, da unten läuft zwar nur ein Gräuling, da läuft wieder mein Kumpel, der Troll. Und dem möchte ich jetzt eigentlich nicht begegnen. Ich mache an dieser Stelle einen kurzen Schnitt oder ich zeichne euch einfach den Trollkampf kurz auf, in schneller Variante. Bis gleich. Plopp, da platzt er. Schön. Trollleder und Geld können wir immer gebrauchen. Aber ich suchte ja eigentlich meine Freunde die Krautzwerge. Wo sind sie? Hier habe ich beim letzten Mal eine ganze Horde Außenlatschen gehauen. Aber wir wollen noch unseren Argeier, Artgeier, Argeier testen. Und normalerweise lassen sie nicht lange auf sich warten. Wo sind sie? Kommt raus, ihr Schlawiner. Ah, wenn man davon spricht, da unten sind welche. So, jetzt wollen wir natürlich mal testen, wie das mit dem, wie die Waffe an den Krautswerken funktioniert. Ah, okay, man kann sie halt auf Distanz halten. Das ist gar nicht schlecht. Ah, okay. Oh. Ah, okay, wunderbar. Ja, ich würde mal sagen, diese Waffe, wie sie jetzt in der Schnelligkeit ist. Ich mache das mal ohne Gegner. Ah, okay, er sticht also damit zu. Man muss also sozusagen, man kann sich damit die Gegner vom Leibe halten. Ich mache es hier nochmal an den Baum. Unten Stich, unten Stich, oben Stich, unten Stich, unten Stich, oben Stich. Ah, okay. Wunderbar. Also wie gesagt, auch eine sehr schicke Waffe. Oh, Bärchen. Bärchen. Wer läuft nicht durch den Wald und schreit immer, oh, schön Bärchen. Äh, warum hebt ihr die jetzt nicht auf? Weil das Inventar ist voll. Mit fünf Steinen. Genau. Die wir nicht brauchen. Blaubeeren hinzugefügt, Blaubeeren hinzugefügt. Okay, wunderbar. Das zum, wie spricht man den jetzt aus? Artgeier, Artgeier. Äh, zu dieser Stangenwaffe. Äh, ich finde sie sehr hübsch, ähm, wie sie sich im Kampf bewährt. Ähm, das kann ich noch nicht sagen. Sie wäre vielleicht auch, ähm, ja, in den Dungeons gar nicht schlecht, weil da kann man denn sozusagen dann auch zwischen den Schilden der anderen durchstoßen, um dementsprechend dann, da war wieder das böse Wort, ähm, um dort dementsprechend Schaden machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.